Moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute einmal gemeinsam ein neues Video-Format an, was ich mir so überlegt habe. Wir gucken heute mal gemeinsam auf die Welt-Arena. Welt-Arena und ich dachte, wir schauen mal auf ein Team, was ich jetzt vor kurzem selber mir so ein bisschen zusammengeruht habe, wo ich derzeit auch im Stream so ein bisschen versuche, immer stetig besser zu werden, weil Teambuilding ist natürlich das eine und genau darum soll es heute auch gehen. Mehr ums Thema Teambuilding und wie ihr die Monster ruht, damit sie vielleicht auch funktionieren. Und plus, das nächste, das andere wäre dann ja, wie spielt ihr den ganzen Draft? Das gucken wir uns heute noch nicht so ganz an, aber ich dachte mir, für euch ist vielleicht auch vor allem interessant, wie werden die verschiedenen Teams, die es in der Welt-Arena da draußen gibt, überhaupt gebaut? Worauf muss man achten? Und gerade jetzt, dass es die Idee war jetzt gewesen von diesem kleinen Format, dass wir vielleicht in der Zukunft mehrere unterschiedliche Team-Variante uns angucken und so ein bisschen drauf schauen, okay, wie baut man die? Und dann könnt ihr sie vielleicht einfach nachbauen und die verschiedensten Drafts mal ausprobieren, je nachdem, was ihr so für einen Monster-Pool habt. Erstes, erste, äh, ersten Draft, den ich mir so ausgedacht habe, wo ich so dachte, okay, da gucken wir vielleicht noch ein bisschen genauer drauf, ist ein Draft rund um Hegang und Tomoe. Ein klassischer, sogenannter Kontroll-Draft. Das bedeutet, ihr wollt die erste Runde generieren vor dem Gegner und dann soll der Gegner möglichst nichts mehr machen können, weil ihr so viele Debuffs, Stunts, Cooldown-Erhöhungen oder irgendwelche andere Art von Kontrolle, Damage ist auch eine Art von Kontrolle, ihm um die Ohren gehauen habt, damit er nichts mehr machen kann. So ist grundlegend der Plan. Und da würde ich sagen, gehen wir einmal rein, was braucht ihr dafür? Grundlegend braucht ihr, wenn ihr die erste Runde generieren wollt, erstmal eine Speed Leader. Speed Leader findet ihr am besten in der Sammlung, hier unten auf Suche, dann hier einmal auf Tempo klicken und zack, seht ihr die unterschiedlichsten Speed Leader, die für euch verfügbar sind. Sind sie nicht verfügbar, sind sie ausgegraut. Bei mir sind sehr viele verfügbar und ich habe mir jetzt mal schon ein, zwei rausgesammelt. Am besten bringen diese Speed Leader, wenn ihr sie auswählt, noch weitere andere Möglichkeiten mit. Wenn ihr Kontrolle mit ausüben wollt, dann sollten sie möglichst entweder sowas wie Buffs entfernen oder selber Kontrolle ausüben können in Form von Schaden oder in Form von Angriffsbalkenreduzierung, Debuffs oder was auch immer. Dementsprechend habe ich mich jetzt für die vier verschiedenen Speed Leader entschieden, die ich hier sehr häufig nutze. Und das sind Tomoe. Wir hatten gerade gesagt, das wird ein Tomoe-Draft werden. Das bedeutet, unser Core, der sogenannte Core, besteht meistens aus zwei bis drei Monstern, wird wahrscheinlich Tomoe-Hegang sein. Plus dann meistens noch das dritte Monster. Kann sowas wie eine Ätna sein, kann auch schon sowas wie so ein Liesel sein, könnte auch ein Robo sein oder was auch immer. Wir brauchen vielleicht auch eine Marsha. Hängt immer so ein bisschen situativ am Gegner. Aber die ersten beiden Monster, die ich durch den Draft erstmal schieben möchte, sind Tomoe und Hegang. Tomoe vor allem deswegen, weil sie hat eine Speed Lead. Und wenn ihr jetzt Tomoe vielleicht mal einen Bann bekommt und ihr müsst noch eine zweite Speed Lead picken, wäre es sinnvoll, wenn ihr noch einen zweiten oder sogar dritten Speed Lead habt. In unserem Fall haben wir sogar vier Speed Lead, weil sicher, sicher. Und vor allem sind die auch immer schön von verschiedenen Elementen. Aber ihr müsst auch immer daran denken, es kann immer mal sein, dass der Gegner so eine Elemente pickt, dass ihr vielleicht, der Gegner pickt sehr viel Feuer und ihr habt jetzt mit einer Sierra irgendwie gestartet, die vom Wind Element ist und das ist eher nachteilig für euch dann. Also dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, unterschiedliche Elemente noch dabei zu haben. Also Auswahl Speed Leader Check haben wir. Zweites Ding, wenn ihr einen Kontrolldraft spielen wollt, ist, dass ihr sowas wie AOE Stripper pickt. Das heißt, ein AOE Stripper, den ich jetzt hier mitgenommen habe, vom Element Wind, ist der Robo. Vom Element Wasser, zufällig auch selber Speed Leader, ist Moor. Allerdings Moors zweite Fähigkeit ist nicht so zuverlässig, weil der nicht so eine hohe Aktivierungsrate auf seinen Speights hat, auch nicht, wenn er ausgeskillt ist. Element Feuer haben wir Chivu, der ist recht zuverlässig. Die dritte Fähigkeit kann sehr gut AOE strippen und was im Wasserbereich noch sehr zuverlässig ist, ist Hegang. Hegang ist auch noch ein sehr guter AOE Stripper im Wasserbereich. Das heißt, wir haben sehr, wir haben recht zuverlässige AOE Stripper in Feuer, in Wasser und in Wind und haben da so ein bisschen was dabei, was wir mitnehmen können. Dann ist das Letzte, was ihr dann noch braucht, sind Monster, die dem Gegner so ein bisschen Kontrolle um die Ohren werfen können. Das heißt, entweder töten wir ihn direkt raus mit einer Marsha, die sehr gut Single Target Leute wegsnipen kann, muss aber dafür, dafür muss aber der Gegner von seinem Wille ruhen oder von seinem Willeeffekt befreit worden sein. Das heißt, dafür muss vorher der AOE Strip dargewiesen sein. Oder ihr versucht dem Gegner direkt in der ersten Runde einfach die Cooldowns zu erhöhen mit der Segment, die übrigens selber auch Sachen runterstehlen kann, also Buffs runterstehlen kann. Oder ihr versucht Angusbalken zu reduzieren mit Liesel oder ihr versucht Bomben zu oder, oder, oder. Es gibt die verschiedensten Varianten an Kontrolle. Das ist mal nur so eine kleine Auswahl, damit ihr nicht komplett überfrachtet werdet. Das heißt also, wir spielen hier vor allem mit so einem Draft rund um Tomoe und Hegang. Und wie müsst ihr das Ganze jetzt runen? Ich habe meine ganzen Qualmonster, also man kann ja AOE Stripper entweder auf Tempo spielen, auf Gewalt oder auf Qual. Ich habe das so geregelt, dass ich meine Qualstripper sind so ungefähr auf 270 Speed. Ihr seht jetzt hier mein Moor, 272 Speed und der Kollege Hegang ist auf 273 Speed. Das heißt, alles was jetzt an AOE Strippern oder alles was die Stripper sind, die jetzt nicht auf dem Tempo Set sind, weil Tempo Sets sind tendenziell noch schneller, die sind so auf diesen 270 Speed Grenze, so ungefähr. Und alles was jetzt dahinter moven muss, die nämlich die sogenannten Kontrolleure, wollte ich schon sagen, also die Leute, die Kontrolle ausüben können, die sollten kurz dahinter sein. Wir sehen hier, Chong Pung hat 271 Speed und wir sehen hier, Moor hat 272. Das ist sehr knapp dahinter, also wirklich ein Speed dahinter. Und so solltet ihr das auch bauen. So als kleiner Tipp, wenn ihr solche Kontrollkombinationen miteinander baut, dann sollten die Speed-Werte vor allem von diesen Monstern sehr kurz hintereinander sein. Kleine Ausnahme, können Monster sein, womit ihr die erste Runde garantieren wollt für euch. Das könnte unter anderem eine Segment sein. Segment geht quasi aufgrund ihres hohen Base-Speed-Wertes, 114 oder eine Aetna mit 119 oder vielleicht auch ein Eschir mit 115 Speed, geht als kleine Ausnahme, weil die einfach durch ihren hohen Base-Speed und alles, was so sage ich mal über 110 Speed ist, ist schon hoch. Durch diesen hohen Base-Speed profitieren die sehr von dem Speed-Bonus-Effekt auf dem Swift-Set und damit kriegt man die besonders schnell und da wollt ihr dann auch Swift-Drohnen draufpacken. Es gibt auch noch eine andere Alternative, also das heißt, Segment würden wir jetzt hier die dritte Fähigkeit geben, also die würde die erste Runde generieren, dritte Fähigkeit auf ein Monster, was jetzt als nächstes dran wäre vom Gegner, ihr outspeedet und könnt dem Gegner sozusagen, und der Gegner kann dann nichts machen, weil ihr hoffentlich dann alles getroffen habt mit Segment. Andere Alternative ist, neben solchen einzelnen hohen Base-Speed-Monstern könnt ihr auch versuchen, Monster, die jetzt nicht allzu hohes Base-Speed haben, aber trotzdem noch schneller sind, so um die 100 Speed und sogenannte AOE-Stripper sind, könnt ihr die versuchen auf Swift zu spielen, also auf Tempo. Unter anderem hier den Robo zum Beispiel, den habe ich auf plus 197, der hat natürlich eine deutlich größere Speed-Lücke, allerdings kann der Robo als auch Chivu, beide sehr ähnlich geruht, auch auf Swift, können beide Angriffsbalken absorbieren vom Gegner, das heißt, wenn ihr dort die Buffs entfernt, können auch gleichzeitig Angriffsbalken manipuliert werden, was bedeutet, dass die Speed-Lücke, die ihr zwischen den Swift-Kollegen habt und euren Follow-Up-Monstern gar nicht mehr so groß wird, wenn ihr ein bisschen Angriffsbalken absorbiert habt. Natürlich muss das nicht immer funktionieren, keine Frage, aber gerade sowas wie Chivu haut dann meistens auch noch bestimmte Debuffs mit drauf, die dann eher andere Debuffs, die euch schädigen könnten, sag ich mal, schon schwieriger, es schon schwieriger macht. Dementsprechend sind das so die Möglichkeiten, die ihr noch so ein bisschen nutzen könnt, um die erste Runde zu generieren. Das heißt, wir wollen eine Speed-Lead picken, wir wollen einen AOE-Stripper picken mit He-Gang und wir wollen Kontrolle picken. Und um die Kontrolle noch ein bisschen zu gewähren, kann es auch manchmal sein, dass wir High-Base-Speed-Monster picken müssen, um einfach garantiert die erste Runde zu bekommen und dem Gegner in irgendeiner Form schon mal früh Schaden zu machen. Ich zeige nochmal ganz kurz die Ruhen, wie ich das Ganze jetzt geruhnt habe. Meine AOE-Stripper sind auf Qual, unter anderem jetzt hier He-Gang, der ist auf Speed HP HP Prozent mit möglichst viel ACC. Ich glaube, ich habe auch noch in den Artefakten auf der zweiten Fähigkeit sehr viel ACC. Das bedeutet, dass sie hier sehr nah an den 85 dran ist, ja, beziehungsweise in dem Fall ja schon 85 ACC hat für die zweite Fähigkeit. Das ist sehr gut. Mein Moor, ebenfalls auf 272 Speed, den habe ich jetzt ein bisschen weniger ACC gegeben. Moor kommt vor allem über die Artefakte, durch die zweiten Fähigkeiten, zusätzlicher Schaden rund um Speed, kann ja sehr viel Schaden machen durch Multi-Hits. Dritte, dreimal angreifen auf Moor, können auch gerade Artefakte mit zusätzlichem Schaden sehr, sehr gut reinkicken und natürlich ein bisschen ACC. Tomoe ist jetzt das zweite Monster, also wir spielen He-Gang, wir spielen Tomoe meistens. Tomoe ist jetzt so ein bisschen hinterher, der hat jetzt 267 Speed. Da ist noch eine kleine Speed-Lücke, die wir noch schließen müssen, aber das kommt dann so nach und nach. Das sind so Sachen, auf die man dann hinarbeiten kann und Tomoe ist bei mir auf Speed HP und ACC. Das ist das, was hier bei Tomoe geruhnt ist. 100 ACC ist jetzt übertrieben, die könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen weniger ACC bekommen und mehr andere Stats, aber da kann man sicherlich noch drehen. Das heißt, die beiden sind zuerst dran und dann kommen so andere Monster wie anderer Follow-Up. Das könnte die Sierra sein, die habe ich hier mal auf Qual versucht zu ruhen. Speed, Crit, Rate und HP, die kann man auch auf Gewalt ruhen, wie man das möchte. Ich glaube, Qual und Gewalt ruhen kann man sehr häufig auch miteinander ersetzen und tauschen. Das ist durchaus möglich. Dann habe ich hier noch Liesel, vielleicht auch mal so die Free-to-Play-Variante. Der ist hier auf Vio, Speed, HP, ACC und hier seht ihr auch, dass sehr häufig der Pfand ist, dass hier ACC-Runen, schnelle ACC-Runen braucht. Die haben wir jetzt schon sehr häufig benutzt. Sowohl auf dem Kollegen gibt es hier eine schnelle ACC-Rune, auf dem Kollegen ist eine recht schnelle ACC-Rune und wir brauchen häufig sehr viele ACC-Runen. Dementsprechend sieht das so aus, dass wir die jetzt so geruhnt haben. Ich zeige euch auch nochmal die Marsha. Die ist hier auf Speed, Crit, Damage und Attack und ich glaube, wir gehen jetzt mal gemeinsam in das erste Replay rein, was ich einfach mal zeigen möchte, wo so ein bisschen das erste Mal hier schon Dinge passiert sind. Wo war er denn? Wir wollten in dieses Replay hier rein. Das lässt sich ganz gut. Achso, ich könnte nochmal den Smycer so ein bisschen zeigen. Den habe ich noch nicht gezeigt. Ich dachte, ich hätte Smycer noch nicht gezeigt. Ich hatte Smycer schon gezeigt. Dann gucken wir Smycer es nochmal an. Der ist hier auf Speed, HP und Resistance meistens mit möglichst vielen ACC in der zweiten, aber allzu viel braucht er nicht unbedingt. Ich kenne auch noch andere Leute. Ich glaube, Obabo spielt das sogar auf einer Slot 2 Attack-Prozent-Rune mit dem Speed-Wert oder höher, aber das kriege ich nicht hin. Dementsprechend habe ich einfach eine Speed-Rune genommen. Wir gucken uns das eine Replay mal an und ich versuche mal so ein bisschen den Gedankengang so ein bisschen zu beschreiben, was ich hier so gemacht habe. Pick-und-Bann-Phase würde ich mal rein starten. Da kann man sehr viel falsch machen. Man kann auch sehr viel richtig machen, unbewusst. In diesem Gegner hier habe ich jetzt mit Hegang gestartet. Also mein Core-Draft ist Hegang Tomoe und dann gucke ich, was der Gegner so macht. Hegang Tomoe, wir haben den AOE-Strip und wir haben den Speed-Lead plus Debuff. Das heißt, wir haben alle drei Sachen, die wir brauchen. Speed-Leader, Debuffer, also Follow-Up plus AOE-Strip. Alles drei in zwei Picks. Sehr schön. Das heißt, das haben wir schon mal da. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diese Position verstärken. Dann sehen wir hier, dass Raccoonnie und Kinky kommen. Das sind zwei Monster. Gerade auch Raccoonnie ist ein Monster, die unsere Debuffs schnell wieder runternehmen können. Das heißt aber, der kann die nur runternehmen, wenn er überhaupt eine Runde bekommt. Das heißt, wir haben jetzt Liesel gepickt. Liesel ist ein Monster, was Angriffsbalken reduzieren kann. Selbes Spiel übrigens auch mit Smycer. Der kann auch jedes Mal so ein bisschen den Monster mit der höchsten Angriffsbalken entweder in Silence um die Ohren hauen, noch mehr Debuffs. Und dieser Raccoonnie kann ja nur bis zu zwei Debuffs runterwerfen. Ähm, und dann kann ja quasi, der Raccoonnie wird dann auch so eine Sitting Duck sein. Auch nicht schlecht. Also das heißt, wir haben jetzt Liesel gepickt, äh, plus den Smycer für noch mehr, sag ich mal, Kontrolle, dass die gar nicht erst die Runden bekommen. Dann pickt er jetzt sicher noch einen Joe, der auch wieder sehr gut mit Debuffs umgehen kann. Und noch eine Fran, die Fran war sehr merkwürdig hier an der Stelle, äh, ist die erste Speedlead. Was ihr jetzt schon mal gesehen habt, wir haben bisher nur eine Speedlead gepickt, ähm, und die Monster, die ihr hier seht, die sehen nicht danach aus, als ob die für euch die erste Runden-Draft in irgendeiner Form kontesten wollen. Also, wenn ihr so ein bisschen Erfahrung habt mit diesem Monsterpool, seht ihr, also normalerweise ist hier niemand, der eure plus 170 Speed oder meine plus 170 Speed, also die 270 Speed, hier in irgendeiner Form kontesten wird. Dementsprechend könnte ich mir die zweite Speedlead hier auch sparen und noch ein weiteres Kontrollmonster spielen. Meinetwegen noch ein weiteres Wassermonster wäre hier interessant gewesen. Ähm, wir haben auch ein Wassermonster gepickt. Moor ist in dem Fall für mich Kontrolle mit einem Qualset, Angriffsbalkenabsorption, äh, und sogar noch eine Speedlead in einem. Und so haben wir sogar noch einen Leaderspray dazubekommen. Und er hat jetzt als letztes Monster noch einen Windmonster gepickt. Und dieses Windmonster countet natürlich unsere gesamten Wassermonster, deswegen fliegt das raus. Das ist so ein bisschen der Talk vor dem Draft gewesen, was so mein Gedankengang dabei war. Und, äh, jetzt gehen wir mal rein und gucken, wie das Ganze so ein bisschen vonstatten ging. Ist natürlich, muss ich dazu sagen, ist natürlich auch ein Game, wo der Gegner auch jetzt gerade in der dritten und vierten Pick jetzt nicht so toll gespielt hat. Vielleicht, weil er auch viele Monster nicht kannte. Mir war Smycer bis vor kurzem auch noch recht unbekannt, ähm, sodass ich auch noch nicht so super erfahrener bin. Aber da hat mir der Twitch-Chat sehr geholfen, mir den Smycer hier so ein bisschen ans Herz zu legen. Ähm, zweite Fähigkeit ist jetzt, äh, der, der AOE-Strip. Ihr seht, jetzt schon mal der Gegner verfügt über fast keine Buffs. Also, der einzige Buff, den sie hat, ist Fran und das ist Immunität. Die wollen wir jetzt noch runternehmen, damit wir dann die volle Kontrolle aufbauen wollen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier mit unseren schnellen Monstern die erste Runde. Zack. AOE-Strip. Boom. Hat funktioniert. Wir haben sogar einen Qual-Stunner bekommen auf Raccoon. Der ist ganz rechts. Und wir sehen auch, überall sind schon die ersten Debuffs verteilt. Für unseren Kontroll-Draft wichtig, dass wir ein bisschen Kontrolle in Form von Stun auslösen. Haben wir schon gemacht. und wir haben schon die ersten Debuffs verteilt. Wundervoll. Jetzt kommt Moor. Moor kann übrigens Angriffsbalken absorbieren. Zack, hat er auch gemacht. Attack-Leiste erhöht steht hier. Hier wurde öfter mal verringert und auch ein bisschen was widerstanden. Raccoon mag vor allem widerstehen, habe ich den Eindruck. Okay. So. Das ist also gut passiert und jetzt aber wir gesehen haben, okay, wenn jetzt Raccoon eine Runde kriegen würde, dann würde ja wieder alle Debuffs, die wir so schön jetzt raufgepackt haben, würde er alle wieder runternehmen. Oder zumindest mindestens zwei von dem Monster mit dem geringsten HP-Wert. Deswegen haben wir jetzt mit Liesel die Angriffsbalken weiter runtergesetzt und Liesel kann ja auch Verteidigung brechen. Auch nicht schlecht. Falls ihr euch übrigens mitgefragt habt, wo Tomoe ist, Tomoe ist mittlerweile im Bann gewesen, aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr seht, dass wir irgendeine Art von Kontrolle noch mit auf den Gegner bringen und ihr seht, der Gegner ist gerade ziemlich hart kontrolliert. Er kann nicht viel machen. Das heißt, auch der Cho hat jetzt noch einen weiteren Debuff bekommen, weil ihr müsst bei Cho passiv wissen, Cho kann zwar Debuffs runternehmen, aber nur bis zu zwei Stück. Das heißt, wenn er jetzt vier hält, ja, dann sieht es ganz schön schlecht aus für Cho. Und das heißt, wir haben jetzt den Gegner so überladen mit Debuffs, dass bis auf Kinky vor allem die Monster, die uns sehr viel Probleme bereiten mit Raccoon und mit Cho hier gut zu tun haben. Und das heißt, wir haben jetzt weiter jetzt Raccoon geschnappt, haben versucht, ihn wieder mit Debuffs vollzuladen, damit er möglichst sehr schnell das Zeitliche segnet und übrigens der Passiv von Smycer ist auch ziemlich, ziemlich geil, um Gegner in der Kontrolle weiter zu halten und Raccoon ist in der Zeit jetzt einfach das zeitliche segnen gegangen. Und selbst wenn jetzt Cho rankommt, das müsste jetzt der Fall sein, nee, Moment, ist es nicht, weil Smycer ist jetzt noch vor Cho dran und Smycer reduziert immer von dem Monster, was als nächstes dran kommen würde, die Angusbalken und gibt ihm Silence, was noch ein weiterer Debuff ist, weshalb Smycer auch ein sehr witziges Kontrollmonster ist. Das heißt, Cho wäre jetzt fast dran gewesen, aber Smycer hat gesagt, nö, du nicht. Jetzt kommt stattdessen die Fran dran, die im Silence war und ihr seht auch, Cho hat sich von einigen Debuffs befreit, aber nicht von allen und dementsprechend gucken wir jetzt, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben, den Gegner debuffen und den zweiten Gegner mittlerweile rausgenommen und schon seht ihr, dass dieser Kontrolldraft recht gut ist. Übrigens, so eine kleinen Bomben auf Kinky können auch Wunder wirken, weil Kinky oder die Bomben Defense ignorieren und auch die HP von Kinky dann sehr schön einfach so durchgeht und wegignoriert wird und an der Stelle hat der Typ schon keine Lust mehr, weil er gesehen hat, da kommt er wahrscheinlich nie wieder raus aus der Kontrolle und das war so mal ein klassisches Beispiel für einen typischen Kontrolldraft. Das heißt, ihr zieht die erste Runde, in dem Fall hat das sehr gut geklappt, weil der Gegner quasi nicht contestet hat für die erste Runde und versucht dem Gegner sozusagen so viele Debuffs um die Ohren zu schmeißen, dass er sich davon gar nicht mehr erholen kann und ihr gewinnt dann das Spiel. Das war mal so ein kleines Beispiel, wo ich das mal jetzt gezeigt habe. Es gibt sicherlich noch zig verschiedene andere und das Ganze, sage ich mal, das Ganze wirklich Wichtige dabei ist dann natürlich auch in den Drafts und Picks und Picks und Buns und all so eine Späße. Da wird noch einiges, also neben dem, dass ihr das erstmal gebaut bekommt, ist es auch wichtig natürlich zu wissen, was picke ich, was picke ich wogegen, was banne ich wogegen und dann natürlich auch, wenn ihr im Spiel seid, welche Entscheidungen trifft hier. Das ist alles noch mal was für ein Gesandes, viel gesonderte, viele gesonderte Videos wahrscheinlich, aber ich dachte mir, dass ich euch vor allem so ein bisschen das Thema Teambuilding mal so ein bisschen näher bringe, dass ihr so ein bisschen versteht, okay, wir haben verschiedene AOE-Stripper, die man picken muss, Speedleader, die man picken muss, die sollten ein gewisses Speed haben, vor allem die Qual-Stripper oder Vio-Stripper, die sollten auf einem gewissen Speed-Niveau sein und eure Follow-Up-Monster direkt dahinter und dass ihr dann, wenn ihr für die erste Runde wirklich contesten müsst, zusätzlich noch zukünftige vielleicht Swift-Stripper dabei habt oder Monster, die sehr hohes Base-Speed haben, damit ihr dem Gegnern die erste Runde verwehren könnt, um weiterhin die Kontrolle im Spiel zu behalten. Sowas zum Beispiel hatte ich mir gedacht, wäre jetzt ein Auftakt gewesen für so eine Art von Videos. Hat euch das in dieser Form gefallen oder sagt ihr, ihr braucht noch irgendwo mehr Input oder war das schon genug? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn wir so ein erstes Pilotprojekt, so ein erster Versuchsballon, mal Welt-Arena-Videos hier zu bringen. Wenn euch das gefallen hat, lasst den Daumen auf dem Video da oder gebt mir möglichst Kritik, die, mit der ich was anfangen kann, wo ich an welcher Stelle ich noch mehr zeigen soll oder vorbereiten soll, dann gerne rein in die Kommentare damit. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hau rein, bis dann. Ciao.